Füge Spielern Schaden mit Midas Trommelgewehr oder Trommelgewehren zu. Also Midas Trommelgewehr könnt ihr bei Midas auf der Marigold, also die Yacht kaufen. Also die befindet sich genau hier. Insgesamt um die Aufgabe abzuschließen, müsst ihr 750 Schaden an Gegnern verursachen. Den Schaden müsst ihr an Gegnern verursachen, die Wachen zählen für diese Aufgabe leider nicht.